Musik Jo Leute, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Hausflipper Ich habe meine Haare geschnitten, wie ihr seht, alles viel kürzer So, und was wollte ich denn letztes Mal eigentlich alles machen hier? Hier, die Küche hatte ich ja eigentlich so gut wie fertig, aber das ist am... Also ich glaube fast, liegt am Game, dass es so hakelt Ist unglaublich, also ich muss mal kurz hier raus Tappen, aber... Ah, das ist schon ein wenig besser So, äh, das verkaufe ich noch Haben die jetzt hier eigentlich zwei Wohnzimmer? Also das ist ja unspielbar hakelig gerade, was soll denn dieser Quatsch? Ich gucke gerade mal, ob irgendwas hakelt hier Hm Das ist einfach, das Haus ist zu groß Ich muss das einfach ein bisschen ordentlich machen und schleunigst verkaufen Da müssen wir einfach durch Ich glaube, das ist einfach das Spiel, was so schlecht performt gerade So, ähm, was machen wir denn mal hier für ein... im Flur, für eine Farbe dann? Äh, Grau vielleicht? Oder Limone? Hier, ich mache mal Limone im Flur, ne? Also das Teil muss auch weg hier Hässlich wie Scheiße, ne? Äh, so So, also das ist so hakelt, das tut mir wirklich extrem leid Aber da kann ich jetzt leider nicht viel dran ändern gerade So, zack Erstmal schön alles hier anpinseln In Limone Geil, ne? Hör mal Ist Limonenfarben Grün quasi, ne? Kann man sich merken, ist grün, ne? Hellgrün, mittelgrün Hätte ich jetzt gesagt Aber ist ja auch Latte, was für ein Grünfarbton hat Ist, ne? Wird halt nur schön, auf jeden Fall So, das hier unten unterm Fenster Das geht rucki, zucki, langgeschwubbelt So Die... Oh Mann, 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 Mann Jetzt müsste ich nur noch schneller streichen, Skill, ne? Wie viel muss ich denn dafür noch machen? Äh, ich will eigentlich gar nicht gucken Malen 454 Ja, machen wir doch die Folge mal schnell hier, ne? 400 Wandstücke gestrichen So, ich hoffe, das ist auch ein Wandstück da oben Ein, so ein Ding Aber ich glaube fast irgendwie nicht, dass das ist im Moment So, ach, ja Geht nicht, oder was? Mann, 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 Mann So, wenn man sich nicht allzu viel bewegt Dann bewegt das Spiel recht flüssig, merke ich So, äh Batsch, auch vollgekleistert So, jetzt mach ich noch hier eben den Quatsch hier überm Fenster So, na Das geht zum Glück schön Weißt du, das willst du gerade sagen Das geht schön schnell und in einem Durchen Weil das scheiße ist wieder So, äh Das hier Drei Stück Nochmal drei Ne, ah So, wird schon wieder leer Ich kann eh noch einen Pott Farbe kaufen Auf jeden Fall So Aber, ne, durch das Dreier Geht das ja eigentlich rucki zucki hier So, zack Drangekleistert Die Farbe, so Immer noch was drin, krass Immer noch was drin So, zu viel bewegen kann man sich hier nicht Weil das ist so eben die Max-Range von dem Ding Ah, noch geschafft Dann war die Rolle leer Ah, und jetzt auch der Farbeimer leer So, kaufen wir doch mal direkt noch ein neues Nochmal Limone, ne Komm mal her, Limönchen Das ist auch echt extrem hier Das Geruckel in dem Haus Ich glaube auch, das ist das größte Haus so Von der Fläche Also hier mache ich mein Büro schon mal nicht rein Wenn es die ganze Zeit ruckelt Ne Also da suche ich mir ein schöneres Haus aus für So, äh Zack Hausflur ist gleich fertig, Freunde, ne Also geduldet euch noch ein wenig Da, schön um den Lichtschalter rumstreichen Da muss man immer auffassen, ne So Und Zack Das ist doch schon mal ganz gut Jetzt sieht man doch schon mal, dass der Raum gleich fertig ist, ne Zack So, nochmal nachfüllen hier Komm, gib Habe ich ganz nachgefüllt, ja So Langsam langfahren, ne Dann geht das auch So, und das sieht doch schon mal viel interessanter aus Ne, viel schöner So, den Pot nehmen wir mal mit nach unten hier Wenn das Geruckel vorbei ist Von dem Game Ich gucke einfach mal Ich stelle jetzt die Sache noch ein bisschen runter Also kann eigentlich nicht sein, ne Sichtfeld, Helligkeit Benutzereinstellung Äh, oh, 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 ne Äh, hier, Effekte gucke ich mal Äh, Bloom habe ich aus Ambient Occlusion Mach mal die Beleuchtungseffekte aus Und Anti-Lizing mache ich mal so ein bisschen aus So, das fühlt sich doch schon mal wesentlich besser an So, dann wird vielleicht nicht ganz so viel, äh, beleuchtet hier Und ruckelt sich einen zu Tode So Aber lag es da dran Lag es wirklich am Anti-Lizing Ich gucke noch mal, ob es hier dran lag Weil das sieht schon schöner aus, wenn es so beleuchtet ist Äh, hier geht es gerade Vielleicht ist es jetzt auch nur Lack Weil ich das umgestellt habe So, da haben wir Hier unten ist ja zum Glück nicht so viel, ne Da verdeckt die Treppe ja ein Stück von Von der Wand, die ich streichen müsste So, komm, fangen wir mal hier in der Äh, kleinen Ecke an So Zack Krass, der streicht selbst da bis auf den Boden runter Mann, 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 Mann Hin, zwischen Treppe und Wand quasi Ne, das ist sinnvoll Da sieht halt jeder immer Brauchst du gar nicht so viel draufballern So, komm Da muss jetzt reichen, hier der Topf Reicht der noch? Ja, der reicht Eine Dreier reicht der Bam Flur nicht Ach, scheiße, die andere Wand hier auch noch Ich hab gedacht, ich wär fertig Ah So, jetzt kann ich schon mal Ah, guck mal Da ist sogar noch ein bisschen Farbe drin gewesen So Oh, oh So, die hab ich alle Zack, zack Mal Neue Farbe kaufen Jetzt kaufen Die stelle ich mal hier so hin Also hier wird's extrem, wenn man hier hinkommt Hab ich hier irgendwo Die ganzen Lampen an oder was? Oder hab ich hier noch im Klo Die Halogenlampen an? Ne, komisch Und jetzt bewege ich mich hier lang Jetzt geht's Also das finde ich irgendwie sehr merkwürdig Das kann weg Das kann weg Die Scheißkommode darf bleiben Ne Können die Leute bestimmt auch gebrauchen Die hier einziehen Ne, sind halt Amis Die ziehen ja immer möblierte Wohnungen ein Und so, ne So, zack So Da Hab ich gleich fertig Ne, ich hab gleich den Flur fertig So Zack Na Oh Ist ja wieder ein Ein Streifen so hell geblieben Für nix So Wie viel hab ich denn geschafft? 452 waren's vorhin Oh, jetzt nur noch 299 Also wenn ich mit dem Haus durch bin Hab ich wieder einen Skillpunkt Wenn ich alles gestrichen hab hier Also, ne So Zack Aber ich bemerke gerade Die Treppe hat doch nicht so viel verdeckt Weil ich muss die Ach, die Seite kann man gar nicht streichen Ja, okay Dann halt nicht, ne Hab ich Arbeit gespart Und Farbe So, weil Ich glaub nur dadurch Schaff ich das Mit dem Eimer auch fertig zu streichen Hier So Zack Das hab ich Jetzt, komm Da oben Ich hasse streichen, ne Auch in echt Das ist immer so eine Sauerei Überall ist Farbe Megascheiße So Aber Aber Ich bin ja gleich hier fertig mit streichen, ne Ah, ja Die beiden Dinger noch hier Diese heimtückischen Eckchen da Die man gerne übersieht, ne So Auch da Die hab ich Gut Das find ich doch schon mal Sieht ganz tüfte aus Dann kann ich eigentlich hier In diesem beschissenen Anbau Weitermachen, ne Und den streiche ich mal In welcher Farbe streiche ich ihn denn? Himmlisch im Blau In reizvollem Lavendel Streiche ich den mal, ne So richtig schön Augenkrebs So die Farbe bestimmt Gucken wir mal Oh ja Das ist reizendes Lavendel Das reizt dazu Das nicht so zu machen Eigentlich, ne Ne, ich find das hässlich Das mach ich nicht Und den Teppich find ich auch hässlich So Der Rest geht Den Rest brauche ich nicht verchecken Wart können wir den nochmal machen? Sonnengelb vielleicht mal So richtig ballerig Ne, ich mach jetzt hier Pastellrosen Wie sieht das aus? So richtig Ach ne, das ist so volle Kanne Rosa, ne Gucken wir mal Ja, ist auch nicht so Auch nicht so echt meins Lachende Erdbeere Rosé Samtweicher Pfirsich Haben wir noch hier Heller Pfirsich Morgengelb Sonniges Orange Weiß Verblichene Zitrone Nehm ich mal So, das mach ich weg Dann sieht das aus wie so ein Nikotinsalon hier, ne Ach Gib mir doch den Schrubber hier Den Streicher So Zack Ja, das find ich persönlich doch schon wohnlicher Als so ein komisches Lila hier an der Wand, ne So Das gib mal her hier die Farbe Beschissenes Gestreicher Ey, kann ich hier nicht noch was anderes machen in der Hütte? Ach, ich wollte oben noch ein Badezimmer Hatte ich eingebaut? Hatte ich die Sachen, glaub ich schon, ne? Ich weiß gar nicht mehr Ich hab keine Ahnung, ja So Gib Hier komm ich schön schnell voran Hier hakelt das jetzt auch nicht so extrem Gerade in der Ecke So, aber immer wenn ich Richtung Haus gucke Wird's am schlimmsten Vom Haus weg Alles gut Merkwürdig Poperkwürdig Das spricht ja schon eigentlich dafür, dass es Wahrscheinlich ein bisschen Schlecht gecodet ist So Äh Aber davon lassen wir uns natürlich nicht unterkriegen, ne? Wieso auch? Ma Mach So Zack Auch fertig Ist nix Gib Hier über der Tür kann ich auch machen Das ist immer so befriedigend schnell Ja Zack, zack Ne? Ma Also wirklich die 40% mehr Farbe An dem Teil Bemerke ich Überhaupt nicht Also, ne? Da kann doch jeder sagen, was er will Der Perk ist Das stimmt bestimmt irgendwann nicht Zack Ah Gib Dankeschön Das ist wirklich diese kleinen Flächen hier Das ist ein Geduldsspiel für mich, ne? Ich hasse es Ah Okay Das haben wir auch fertig So Die eine ist noch fertig geworden Die zweite war nicht Jetzt muss ich gleich einen neuen Topf kaufen So Aber jetzt probiere ich noch Ob ich das noch schaffe hier Und unter dem Fenster Na, lass mich doch auf den Tisch drauf Ich muss das streichen Das kann man doch nur vom Schreibtisch aus machen So was Oh So Oh Sogar nochmal ganz voll bekommen die Rolle Zack Das habe ich Das habe ich Dann muss ich noch die ganz Die andere Wand Ah, guck mal Jetzt kann ich ihn wieder wegwerfen Äh Verkaufe ich nochmal Verblich eine Zitrönchen, ne? Ab jetzt wird es wieder ein bisschen hakeliger Weil, ne? Äh, ihr seht Ich gucke Richtung Haus Da wird es wieder schlimmer Ne? Aber dann ist es zumindest schon mal gut Da wir das läggigste Haus hinter uns haben, ne? So Ist nicht mehr lange, ne? So, das weg Aber die einen sagen gerade ein sauberes Haus Weißt du, die Wände sehen so voll abgefuckt aus Da Die stehen doch nicht auf Häuser im Shabby-Look, oder? Das wäre auch noch so was, ne? Boah, ja Ich habe meine Villa extra von außen Mit Flugrost besprühen lassen Damit die scheiße aussieht Ne? Ja So sieht es aus So Batsch, batsch Alles zugekleistert Komm, gib Ich bleibe direkt da drauf stehen Dann komme ich hier überall super easy dran So Und fertig gestrichen den Raum Ist doch, also ich finde das richtig schön So Hier muss natürlich ein Sofa rein Und zwar ein nicht zu kleines Denn das ist ja sehr groß hier Grün-Rot-Streifen Schwarz-Weiß Schwarz-Weiß kaufe ich mal Das passt doch hier rein So Und kaufe ich noch eins Dann drehe ich das hier wie so eine Couch-Ecke Zusammen einfach mal, ne? Können die da sitzen So Der Raum ist fertig, würde ich sagen Machen die Tür zu Hier drin ist wieder besser mit dem Geruckel Hier hatte ich auch schon gestrichen Sieht auch schön aus Aber hier wollte ich noch einen Fernseher draufstellen, ne? Äh, Heim Heiß, hieß das nicht irgendwie Heimhaushaltswaren, ne? Ne Sonstiges vielleicht Ist da ein Fernseher bei? Irgendwo ganz unten? Ne, auch nicht Ah, da, TV-High-Fi Ähm Nehm ich dir mal So ein Standfernseher, ne? Ne, andersrum So Das sieht doch schick aus Die Tür mach ich mal zu Da bin ich fertig Das Klo hab ich fertig Und prinzipiell ist die Küche ja auch fertig, ne? So Da hinten war ich Das verkaufe ich mal Tür zu Na Das verkaufe ich mal Dann gehen wir mal nach oben Und gucken mal, was da noch so zu tun ist Den einmal weg So Hier wollte ich Hier muss ich auch noch streichen Und da wollte ich ja noch ein Arbeitszimmer eigentlich reinmachen, ne? Äh Und hier das Bad ist Eigentlich Fertig, ne? Aber was leuchtet denn hier im Bad so? Hallo, mach mal zu Guck mal, da leuchtet irgendwas voll krass her Daher kommt das Hier sind bestimmt ganz viele Lichtquellen Äh Gesetzt Oder irgendwie so ein Quatsch Okay Ähm Oh ja Und das Kinderzimmer natürlich Oh, 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 oh Also hier willst du als Kind eher Nicht aufwachen, ne? Wenn, äh Wenn du ein Kind bist So, ähm Farben Was mach ich denn mal für eine Farbe hier? Ne? Man weiß ja nicht, was für ein Kind das ist Deshalb nehmen wir mal stimmungsvollen Kobalt Ne? Sieht aus wie ein Nachthimmel So Zack Richtig schön dustere Bude für das Kind Schön fröhlich, ne? Schön fröhlich düster Das muss passen So, aber finde ich jetzt persönlich gar nicht mal so schlecht Also ich mag ja so ein bisschen So dunkle Farben auch in der Wohnung So Oh Gibt Farbe So Ich hasse es Mach ich auch, glaub ich So, das Kind solltet ja mal schön haben, ne? Dann machen wir ein eisiges Blau entgegen dem, so Damit es so richtig schön kühl wirkt in diesem Kinderzimmer Damit es im Sommer nicht zu warm wirkt, ne? So Richtig schön zusammen die beiden Farben, ne? Gib, 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 gib So So Das haben wir voll Ach, Menno Aber ich kann eigentlich das hier leer saugen auch Und dann einfach nur umklicken Dann fehlt bei der Farbe nix Wisst ihr? Das ist auch gut So kann man Wenn man eigentlich, wenn man einen Topf hat Den noch so ein bisschen strecken Damit man Keinen neuen kaufen muss Aber Bei den Preisen hier 20 Dollar Scheiß da was drauf Kaufst du halt einen neuen So Äh Ah Den bezahlen die potenziellen Käufer ja eh mit am Ende, ne? Und zwar doppelt und dreifach So So wie man es macht, ne? Äh Zack Gib her So Da stehe ich auch noch ein bisschen Spielzeug rein In das Ding hier Zack Na komm Mach fertig Ah Perfekt Hat gereicht für die Abschnitte Die ich dann noch machen wollte So Und Oh ja Genau Du Arschloch Guck mal wie wenig das ist Ja Das war nichts So Äh Das schmeiß ich mal in ne Tonne hier Und jetzt kaufen wir mal noch hier für das Kinderzimmer Was Gibt's hier nicht Äh Ich guck mal Ob es unter Äh Kinder Was gibt So Kinderbettfichte Schaumbox Die kaufe ich Die ist doch super hier Guck mal Stehe ich hier hin Ne So Mach Kann man so langsam drehen Oh Hat er schon Ja Äh Ja Ist ja nicht schlimm Ne Ähm So Schränke Wickelkommode Hat es schon Ein Regal Stell ich hier noch rein Ist immer gut Und immer tüfft Den Regal Das ist jetzt nur so ein bisschen Komisch beleuchtet Dadurch sieht er zu dreckig aus Also in echt ist das nicht so dreckig Ne Äh Den stellen wir mal da hin Dann kriegt das Kind Was kriegt das Kind denn noch Was gibt's denn Geiles Gibt's nicht irgendwas fürs Kind direkt Find ich echt schade Dass die sowas nicht haben Äh Sonstiges Schauen wir mal Was gibt's denn hier bei Sonstiges Ein Kaninchen Willi nicht Esel Ein Ball Ah hier sind aber auch schon auf jeden Fall so Kindersachen bei Hier eine Schreibtafel kriegt das noch Und die wird so richtig schön tief aufgehängt Für das Kind Ne So Okay Das ist auch fertig Eine Lampe war schon drin Da war ich Da war ich Und jetzt muss ich noch hier den Gammelsraum Ne Ja Das ist wohl Das Elternschlafzimmer Aber Leute Ich würde sagen Den mache ich in der nächsten Folge Und dann seht ihr in der nächsten Folge auch Wie viel ich insgesamt für das Haus hier kriege Und ich starte da natürlich noch ein bisschen aus Ne Also Guckt wieder rein Wenn es wieder heißt Hausflipper mit dem Kaputten hier Ne Und Liked mich Abonniert mich Und unterstützt mich auf Patreon Wenn ihr das wollt Und bis zur nächsten Folge Ciao